Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Trailrunning-Podcasts. Mein Name ist Sascha und ich wünsche euch noch, wenn auch ein bisschen verspätet, ein frohes neues Jahr. Denn das ist tatsächlich die erste Aufnahme, die ich jetzt im neuen Jahr alleine aufnehme. Und ja, wie gesagt, deswegen frohes neues Jahr und das gibt heute hier nur so eine kleine Zwischenepisode im Prinzip. Und ich weiß nicht, ob ihr Neujahrsziele oder Jahresziele habt. Und ich habe nämlich keine, interessanterweise. Und das macht die ganze Episode jetzt wahrscheinlich furchtbar langweilig. Vorab, er will ja erzählen, wenn er denn keine Ziele hat. Aber mein Ziel ist es, dieses Jahr auch wieder keine Ziele zu haben, wie im letzten Jahr. Und denn auch im letzten Jahr hatte ich nicht wirklich Ziele. Ich hatte eins, das war der Kobold Ende des Jahres, also Ende November. Und ja, genau so wird hoffentlich, nein, so wird nicht hoffentlich, weil das kann ich immer Gott sei Dank aussuchen. So wird auch mein Jahr 2020 aussehen. Es gibt das große Endjahresziel wieder, das wird wieder der Kobold werden, denke ich, wenn ich mich denn da quasi qualifiziere. Das hat man ja leider auch nicht immer so in der Hand, ob man sich da qualifiziert oder nicht. Aber das ist zumindest mal so mein Ziel, Ende des Jahres 2020 wieder den Kobold zu laufen. Ich stehe auf der, auf der Interessentenliste für die 100 Kilometer. Und ja, da werde ich mal schauen, was dann so geht Ende des Jahres. Ob ich ausgelost werde oder nicht, dann habe ich schon gesehen, dass der Finan mal wieder stattfindet 2020. Der ist im Juni. Irgendwie 20. so roundabout drittes Juni-Wochenende, wie jedes Jahr, wobei er letztes Jahr ja ausgefallen ist. Das wäre wieder so ein Lauf, wo ich mir gut vorstellen könnte, da wieder lang zu laufen. Dann, ja, führt halt einfach durch meine Heimat, durch meine ehemalige, führt durch Karlsruhe und die ganzen Bergdörfer da oben. Und ich bin da jetzt schon dreimal gestartet. Ja, könnte, könnte sowas wie Tradition werden jetzt beim vierten Mal. Vatertag könnte, könnte es wieder der Westerwaldlauf werden. Wobei ich da nicht weiß, inwieweit das mit meinen Kinderwochenhänden kollidiert. Und das kommt ja auch jetzt schwer hinzu, aber das war auch schon letztes Jahr so, dass ich grundsätzlich nur alle zwei Wochen enden oder alle zwei Wochen an den Wochenenden Zeit habe für, ja, irgendwelchen langen Kram. Sei es jetzt Mountainbiken oder sei es, ja, Laufen. Und dementsprechend werde ich mich da so ein bisschen aufteilen müssen, denke ich, denn wir haben jetzt auch, also ich komme jetzt gerade vom Wochenende von einem super tollen Teamtraining mit Coffin Chain Rings in Wuppertal, wo wir knapp 42 Kilometer, etwas über 1000 Höhenmeter durch die Wuppertalberge gefahren sind. Da hat uns der Alex, der Vereinsmitglied, geguided und hat super Spaß gemacht. Wir waren, glaube ich, sieben Leute, sechs oder sieben. Also ja, recht viel. Hat gar nicht mehr so viel gefehlt aus dem Verein und hat echt Spaß gemacht. Und ja, das wird es 2020 immer wieder öfter geben, Team-Trainings und kann also dann auch sein, dass ich mal hier ein Team-Training, ja, ich will nicht sagen organisiere, weil man muss ja dann einfach nur die Strecke vorher abgefahren haben. Strecken habe ich ja hier genug. Und da geht dann also auch noch das ein oder andere Wochenende flöten, in Anführungsstrichen. Also Wochenende, in dem ich dann einfach nicht laufen kann, weil ich dann, ja, Fahrrad fahre. Und ja, dementsprechend wird wahrscheinlich die Ultra-Wettkampf-Vorbereitung, wird so eine Sache werden. Wobei, ja, irgendwie auch der letzte Kobold ja so ein bisschen mehr da in die Karten spielt, denn der hat ja überraschend gut funktioniert für erstaunlich wenig Training, also Lauftraining im letzten Jahr. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass ja die Fahrradfahrerei einfach auch wichtig ist und dass mir die Fahrradfahrerei hilft, die Ausdauer auszubauen, die Fitness einfach auszubauen und spielt mir ganz gut in die Karten. Dann werde ich also auch 2020 wieder ausreichend Fahrrad fahren, werde das kombinieren mit dem Laufen und mich nicht mehr so wie die letzten Jahre einfach nur aufs Laufen fokussieren und da Stumpfkilometer ballern, sondern tatsächlich einen weiteren Schritt hin zum Draußenmenschen machen. Also zu einfach jemandem, der relativ egal, wie er sich draußen fortbewegt, aus eigener Kraft einfach so seinen Spaß draußen hat. Weil Fahrradfahren macht auch super Bock, Mountainbiken oder Rennradfahren. Und warum sollte ich mich da in irgendeiner Sportart einschränken? Sei es Fahrradfahren oder Laufen, kann ich beides machen. Muss ich beides nicht auf hohem Level machen, sondern einfach so, dass es Spaß macht und ich eine tolle Zeit draußen habe. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert 2019, auch wenn ich immer wieder so ein bisschen groggy war oder schlecht gelaunt war, weil ich so wenig laufen konnte und dann auch so wenig Kilometer am Ende des Jahres hatte. Das sind jetzt glaube ich 1300 geworden oder so roundabout und etwas über 4000 Kilometer auf dem Fahrrad und dann unterm Strich, naja, mit fast 5500 Kilometern aus eigener Kraft zurückgelegt in einem Jahr. ist das dann doch nicht so schlecht. Und das habe ich mir Ende des Jahres mal so zu Gemüte geführt, meine Zahlen und gesehen, dass es dann doch ganz ordentlich Trainingsstunden waren, die ich da abgerissen habe, also für meine Verhältnisse. Und ja, so kann es bleiben. Ich war grundsätzlich verletzungsfrei dieses Jahr. Das sieht man mal, ja, Anfang des Jahres, da drücken wir mal ein bisschen die Augen zu, weil das kam ja noch vom Kobold von dem Jahr davor. Und ansonsten hatte ich dieses Jahr eigentlich nichts, nachdem ich lange Fahrrad gefahren bin und dann auch wieder angefangen habe zu laufen, auch dieses Jahr nach dem Kobold oder letztes Jahr nach dem Kobold, also Kobold 2019, Entschuldigung, hatte ich auch nichts. Also habe ich wahrscheinlich gar nicht so viel falsch gemacht für meine Verhältnisse. Und das nehme ich einfach mit in 2020 und dann mache ich das genauso weiter, denke ich. Ja, das ist so ungefähr das, was ich machen werde. Dann ist mindestens eine oder auch zwei Bikepacking-Touren sind geplant. Und ich würde gerne mal, ja, mit dem Rennrad-Bikepacken gehen, um einfach, ja, ein bisschen mehr Distanz zu machen und vielleicht auch mal in die alte Heimat zu fahren von hier aus, von Koblenz aus bis Karlsruhe, beziehungsweise ich habe auch Verwandtschaft in Frankreich. Einfach da mal die Gegend zu fahren, vielleicht meinen Bruder abholen in Trier, falls du das jetzt hörst, pump schon mal dein Rennrad auf, vielleicht schaffen wir es ja mal, da einen Schuhe zu machen. Und dann einfach, ja, vielleicht mit dem Fahrrad einfach in die alte Heimat zu fahren, da, ja, Leute besuchen, Familie besuchen und dann entweder mit dem Fahrrad zurück oder, wenn wir keinen Bock mehr haben, mit dem Zug wieder nach Hause. Das könnte ich mir gut vorstellen, da hätte ich wahrscheinlich Spaß dran. Oder auch einfach mal, ja, den Rhein lang fahren. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Rheinkilometers von hier sind bis, ja, bis zur Quelle, beziehungsweise bis, ja, bis zum Bodensee runter. Habe ich mir alles noch nicht angeschaut, aber der Rhein bietet da viele Möglichkeiten, um da eine längere Tour zu machen und einfach mal eine Woche weg zu sein oder so. Und das ist so das, was ich mir vorstellen könnte für nächstes Jahr, für mich. Weg vom sportlichen Sport, also zum Wettkampfsport weg sowieso. Das hatte ich ja letztes Jahr schon nur minimal gemacht. und einfach hin zum Draußen bewegen, in der Natur sein und, ja, das ist so das, was mir, glaube ich, Spaß machen könnte, würde ich einfach mal behaupten. Ja, wie, ja, genau. Machen wir mal einen Punkt. Wie eure Ziele sind, würde mich natürlich auch interessieren. Einfach mal, plant ihr irgendwelche Bestzeiten dieses Jahr? Wollt ihr im Marathon, äh, unter vier Stunden laufen, unter dreieinhalb Stunden laufen oder vielleicht auch auf der Kurzdistanz? Oder, ähm, geht ihr eher so den Weg wie ich die letzten Jahre und wollt einfach mal eure Maximaldistanz ausbauen? Ähm, Klammer auf, ich bin ja bei 140 gescheitert, Klammer zu. Nein, nicht gescheitert, sondern stehen geblieben. Ähm, ja, das kann ja auch immer eine Option sein. Oder sagt ihr, ähm, scheiß auf Wettkampfschuhe, ich mach das einfach so, ich fahr in der Gegend rum und hab einfach nur meinen Spaß. Ähm, möchte mich da nicht quälen müssen, sondern einfach nur die Zeit draußen genießen. Das wäre dann so mein Weg für 2020. Und, ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren, ob, ob ihr, ja, wie ihr dazu steht, wie ihr das seht, wie ihr euer nächstes Jahr plant, also dieses aktuelle Jahr plant. Und, ähm, ja, je nachdem wie ihr euer Jahr dann plant, ähm, ich spiele mit dem Gedanken, das ist aber noch ganz vage, ähm, den, den Run Cloud 50 wieder aufleben zu lassen. Den gab's ja 2018 das erste Mal, das erste und letzte Mal. Ähm, das war, ja, am Community Run hatte ich, ähm, ähm, ja, ein paar Lauffreunde oder entfernte Laufbekannte quasi, ähm, oder Menschen, die danach zu Lauffreunden geworden sind, wie das immer so ist, ähm, eingeladen. Und hier bei mir in der Gegend, ähm, auf, auf eine grob 50 Kilometer Tour geschickt, ähm, verteilt auf vier Runden, ähm, um hier einfach mal so mein Laufrevier zu zeigen, ähm, eine Vulkanrunde, eine Weinbergrunde, eine Burgrunde, ähm, was war das andere? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie genannt habe, aber das ist so das, was ich hier habe. Ich hab hier Weinberge, ich hab hier einen Vulkan, ich hab hier Burgen und, äh, das hatte ich einfach 2018 den Menschen einfach mal gezeigt und, äh, mir, ich denke doch, schöne Strecken ausgesucht und anspruchsvolle Strecken ausgesucht zum Teil, äh, und die Leute da lang gescheucht. Und sowas in der Art könnte ich mir für 2020 auch wieder vorstellen, dann hätte man den Zwei-Jahres-Rhythmus, ähm, ob das jetzt wieder vier Runden werden auf 50 Kilometer, das weiß ich nicht, ähm, ich werde aber, also nein, ich werde nicht, sondern ich, ich denke, dass, ähm, es schon die Möglichkeit geben wird, da auf jeden Fall in den Ultra zu laufen, ähm, also so 50 Kilometer, ähm, wie auch schon bei der ersten Ausgabe. Hätte man auch nach jeder Runde einfach aufhören können, ne, dann wäre es halt, äh, ja, nur eine Teilstrecke gewesen, ähm, die Option hatte auch jeder. Ähm, gab auch ein paar, die es tatsächlich gemacht haben und, ähm, weil es einfach darum ging, nur Spaß zu haben, hier in der Gegend so ein bisschen die Gegend zu erkunden und wenn ich das 2020 wieder auf die Beine stellen sollte und organisiert bekomme und, ähm, muss ja auch der Bürgermeister wieder mitspielen, ähm, dann werde ich mir da irgendwas überlegen. Neues Konzept, ähm, vielleicht neue Strecken, ja, das ist so das, was, was mir Spaß machen könnte, ähm, um euch ein bisschen was zurückzugeben und, ähm, zu zeigen, wie es hier so läuft, wie man hier so läuft in der Gegend. Und, ähm, das wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Wenn ihr da Interesse habt, ähm, dann dürft ihr gerne mal, äh, ja, unverbindlich die Hand heben und, äh, mich mal antexten und sagen, hier, wenn das was wäre, äh, wenn ich das organisiere, dann habt ihr da Lust dazu, dann könnt ihr euch melden. Ähm, grober Zeitplan wird wahrscheinlich sein, Spätsommer, Herbst, irgendwie so, dass, ähm, ja, das Wetter noch gut ist, äh, die Temperatur nicht so hoch, der Boden noch gut zu laufen ist, ja, da Temperaturen können im Spätsommer ein bisschen, trotzdem, äh, ein bisschen hoch werden, aber egal, ähm, wie, wie dem auch sei. Wenn ihr da Bock habt, dann hebt mal vorsichtig die Hände, dass ich mal weiß, ob überhaupt, ähm, Interesse da ist, unter euch Hörern, Lesern, ähm, dass ich mir da keine Arbeit mache für, äh, dafür, dass dann keiner kommt. Ähm, das wäre natürlich schade und dann bräuchte ich den Bürgermeister auch nicht antexten. Ähm, dann guckt er, guckt er auch doof und kommt sich, äh, kommt sich veräppelt vor, wenn dann tatsächlich keiner kommt, ähm, ja, das wäre mal so das. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir Facebook Messenger, ähm, schreibt mir, wo auch immer ihr mich erreichen könnt. Und, äh, ja, dann sehen wir uns vielleicht Ende des Jahres spätestens wieder, ähm, beim Run Cloud 50 2020, eventuell, in Klammer, äh, ja. Gut, das soll es auch schon gewesen sein für die Zwischenepisode. Wenn ihr, ähm, die letzte Ausgabe der Trade-Type noch nicht gehört habt, dann, ähm, tut das mal. Da berichtet der, oder da habe ich mich, äh, knappes Stündchen mit dem Malte von, ähm, der Umweltinitiative Trackweg Koblenz unterhalten. Ähm, spannender Typ, spannende Initiative, ähm, den geht's grundsätzlich darum, wie der Name schon sagt, ne, Trackweg Koblenz, ähm, um Umweltschutz, den man selber anpacken kann. Sprich, ähm, jeden Tag ein bisschen Müll sammeln, ähm, andere Leute motivieren, sie wollen aufklären, was mit dem Müll passiert. Und, ähm, der Malte ist dabei echt, also, ich habe ihn da an dem Tag das zweite Mal getroffen, ist wirklich ein toller Typ, ähm, der, der viele Ideen hat und, ähm, der, glaube ich, auch so ein bisschen tickt wie ich. Und, ähm, das nicht so ganz versteht, warum man seinen Müll in die Natur wirft, ähm, hört euch das Gespräch mal an, knappe Stunde. Und, ähm, ja, lasst da mal ein paar Kommentare da und, wenn euch das hier alles gefällt, dann, ähm, ja, empfehlt einfach vielleicht den Podcast weiter, äh, teilt die Episoden. Ihr kennt das Ganze, wie man das machen kann. Äh, andere Podcasts sagen immer, lasst mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da, das hilft, äh, anderen Hörern euch, nein, meinen Podcast zu finden. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob der Apple-Algorithmus da so funktioniert. Ich glaube, da ist sich irgendwie keiner so wirklich sicher. Egal, Fünf-Sterne-Bewertung schadet auf keinen Fall. Ähm, würde mich freuen, die letzte ist schon ein bisschen älter. Und, ähm, ja, wer eine kreative Bewertung schreibt, eine kreative Fünf-Sterne-Bewertung, ähm, der wird auch das nächste Mal vorgelesen. Ja, und dann möchte ich mich zu Anfang des Jahres für das letzte Jahr Unterstützung nochmal bedanken. Ähm, hab ich zwar schon in der Dankeschön-Episode gemacht, aber ich denke, es gibt tatsächlich einige Leute, die mich, ähm, ja, durch Teil der Beiträge unterstützen oder auch finanziell unterstützen oder mir einfach Ideen geben und Kritik und, äh, sonst noch was. Und da möchte ich mich einfach nochmal bedanken bei euch allen und, äh, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Genau. Dann macht's mal gut. Das war die Episode 64 des Trailing-Podcasts und, ähm, ich melde mich von der ISPO wieder, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Zum Beispiel per Patreon, per Steady, per Amazon Wishlist oder, oder, oder. Ich sag schon mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.